Guten Tag, bitte schenken Sie uns etwas Aufmerksamkeit. Haben Sie keine Angst, wir sind Enonymous. Enonymous ist eine wechselhafte, fließende Kreatur. Es mag sein, dass Enonymous einst ins Leben gerufen wurde, um Chaos im Internet zu stiften. Doch wir erkannten unser Potential, zogen Resenweh, veränderten uns. Wir verherrlichen keine Gewalt, wir wünschen keinen Krieg, und wir wollen kein Chaos. Wir wollen Freiheit, und schlussendlich, Frieden. Enonymous hat sich nun die Verteidigung von Freiheiten auf die Fahne geschrieben. Und in diesem Sinne werden wir zu allererst und mit allem, was in unserer Macht steht, für den freien Informationsfluss im Internet kämpfen, weil der freie Informationsfluss in vielen Staaten in Gefahr ist. Wir werden uns organisieren, zurückschlagen, zusammen, als ein vereinigtes Bewusstsein. Hierdurch möchten wir positive Veränderungen im Interesse der gesamten Menschheit bewirken. Wir sind keine terroristische Vereinigung, aber eine Bewegung, die Veränderungen erreichen will. Lasst uns für unsere Freiheit aufstehen. Lasst uns 2011 Zensoren und Diktaturen herausfordern. Wir beabsichtigen nicht, moderne Demokratien zu zerstören, und wir möchten genauso wenig eine eigene Regierungsform entwickeln, sondern wir wollen den aktuellen Status des menschlichen Lebens verbessern. Das bedeutet, letztendlich wollen wir eine Grundlage schaffen, die der gesamten Menschheit dient, die für die Freiheit und den Frieden aller Menschen wirkt. Unser erster und aktueller Schritt zu diesem ultimativen Ziel ist, dass wir Regierungen, global, zur Abschaffung jeglicher Internetzensur treiben werden. Zensur ist repressiv, nicht im Interesse der Menschen, missbrauchbar, und daher gefährlich. Und schlussendlich ist Zensur Verrat an der Entwicklung der Menschheit. Zensur ist die Enthaltung von Information und möglicherweise Wahrheit. Es gilt zu erkennen, dass Information die abstrakte Währung jeglicher Wahrnehmung darstellt. Wir als Spezies benötigen freie Informationen für die Entwicklung unserer selbst. Die Möglichkeit des digitalen Informationsaustauschs ist die wichtigste, revolutionärste Errungenschaft für die Menschen seit dem Buch trug. Mit diesem Verständnis als Grundlage, lasst uns Zensur bekämpfen, wie einen Todesfeind, wie eine Geisteskrankheit, als ein Symbol des Totalitären. Und vor allem, als eine inakzeptable Herrschaftspraktik, die sofort beendet werden muss. Wir sind die Waffe zur Beendigung von Zensur. Wir brauchen Frieden. Lasst es uns angehen. Wir sind ein Bewusstsein. Wir lieben euch. Wir sind unter euch. Unterstützt uns. Anonymous